Hier ist das Paket von Mammut. Das ist heute gekommen, direkt aus der Schweiz mit einem Anschreiben. Ich bin ein glücklicher Gewinner. Und hier haben wir den Lieferschein. Dann haben wir hier ganz tolle Mammutaufkleber. Übrigens Mammut ist mein Krafttier. Und apropos Krafttier. Der ist doch süß. Hallo Manni. Den haben sie auch mitgeschickt. Ein echter kleiner Mammut-Manni. Ein Manni-Mammut. Sieht doch echt süß aus, oder? Und die neuen Schuhe. Gore-Tex Antischweißschuhe in Größe 11,5. Ich hoffe, die sind groß genug. Normalerweise müsste 11 auch passen. Ich habe sie extra in Nummer größer genommen, weil man weiß bei Schuhen nie, wie sie ausfallen. Die Größe 11 hätte vielleicht auch gereicht. Aber das werden wir gleich sehen. Wir probieren sie nämlich an. So, Schuhe kommt mit. Wir setzen uns jetzt auf die Bank. Und probieren die Schuhe an. Wo ist die hier rum? Ah, da ist noch Gewölle drin. Gewölle. Aber was mit dem Gewölle? Da müssen jetzt Füße rein. So. Katze. So, einer. Ohne Schuhlöffel, ohne Schuhlöffel. So. So. Dann haben wir hier die Haken. Und da vorne ziehen wir fest. So. Zwei Stunden später. Hier einhaken. Und da einhaken. Und zubinden. Also die Größe passt. Sehr gut. So. Der zweite. Ohne Schuhlöffel. Das geht auch ohne. So. Dann machen wir den auch zu. Ups. Richtig einhaken. So. So. Na ja. Das Schild. Das machen wir ab. So. Das sind also meine neuen Mammotschuhe, die mit Gore-Tex-Membran sind und in denen man keine Schweißfüße bekommen soll. Die müssen wir jetzt natürlich mal in einem Extremtest ausprobieren. So. Sind ganz ordentlich. Man geht sehr weich darin. Gut. Das war's dann auch schon. Ciao.